Hallo und herzlich willkommen beim Energiebunker Hamburg zu einer Führung der etwas anderen Art. Mein Name ist Sebastian Maas. Ich darf Sie im Namen von Hamburg Energie begrüßen, hier bei unserem Ökokraftwerk im Stadtteil Hamburg-Willemsburg. Dahinter verbirgt sich die Idee, dieses alte Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Flakbunker aus der Nazizeit, zu einem Ökokraftwerk umzuwandeln, was durch Nutzung vor allem erneuerbarer und lokaler Energiequellen die umliegenden Wohnblocks und Quartiere mit dieser erneuerbaren Energie zu versorgen. Hier im riesigen Innenraum des Gebäudes befindet sich heutzutage die Energiequellen, die Energiezentrale seit dem Umbau. Das heißt, hier läuft alles zusammen, was mit Energieerzeugung, Speicherung und dann der Weiterleitung in das Versorgungsgebiet zu tun hat. Sicherlich das spektakulärste Element, das ist der große Warmwasserpufferspeicher, ein Stahltank, wassergefüllt mit 2000 Kubikmeter Heißwasser. Zentrales Element hier dieses besonderen Energiekonzepts. Diese Infotafel zeigt im Prinzip nochmal die Besonderheiten des Energiekonzeptes, das hier versucht worden ist umzusetzen. Das heißt, der Bunker als Ort der Energieproduktion mit Solaranlagen, Blockheizkraftwerken, aber eben auch der Besonderheit dieses großen Speichers. Hinzu kommt die günstige Lage des Energiebunkers. Er liegt nah am Hafen, sodass hier auch Industrieabwärme aus einer nicht weit entfernten Fabrik zugeführt werden kann, nicht verloren geht, eingesetzt wird, sowie natürlich auch die recht kurze Distanz vom Erzeugungsort, die Wärme zu den Verbrauchern in den umliegenden Wohnblocks zu bringen. Hier auf ca. 30 Meter Höhe befindet sich die öffentliche Aussichtsplattform des Energiebunkers, von der man nicht nur die Stadt und den Hafen gut im Blick hat, sondern auch das Versorgungsgebiet des Bunkers selber. Zum Beispiel die Häuser, die wir hier direkt um uns sehen, sind seit 2013 bereits angeschlossen durch unterirdisch neu gebaute Nahwärmenetze. Das heißt, alles was hier an Wärme im Bunker erzeugt wird und gespeichert wird oder eben aus dem nahen Hafengebiet zugeliefert wird, geht dann bei Bedarf an die Haushalte, die damit ihre Heiz- und auch Warmwasserenergie beziehen können. Im aktuellen Ausbauschritt erzeugt man 17.000 Megawattstunden Wärme, ungefähr ausreichend eben für den Bedarf dieser 2.000 angeschlossenen Haushalte. Hier ganz oben auf dem Dach, auf einer der ehemaligen Flackstellungen, befindet sich heute die Verankerung für die solare Hülle des Bunkers. Das heißt, wo früher im Krieg riesige Flugabwehrkanonen die feindlichen Bomber versucht haben abzuwehren, haben wir heute Solarenergieerzeugung, und zwar eine der größten Anlagen ihrer Art Deutschlands, mit 1.350 Quadratmeter Fläche und etwa 750 Kilowatt Leistung. Das Ganze ruht auf einer fast 290 Tonnen schweren Stahlkonstruktion, damit eben die Solaranlage auf Sturm und Orkan fest verankert ist. Das war es bis hierhin. Auf diese Weise, wer das auch nochmal live miterleben möchte, jeden Samstag und Sonntagnachmittag starten hier auch regelmäßig unsere öffentlichen Führungen. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie dort begrüßen können. In diesem Sinne, bis bald! Ich wünsche mir, wenn du schon mal verbundenst –